Hallo und herzlich willkommen in der Leebubble. Ich freue mich, dass du mit dabei bist. Heute ist es bei uns draußen so kalt, dass sogar mein Hund Cooper beim Gassigehen alle 30 Sekunden stehen geblieben ist und sehnsüchtig nach Hause geschaut hat. Der beste Zeitpunkt also für magische Grimms Märchen, bei denen man es sich so richtig schön gemütlich machen kann. Heute gibt es die Kristallkugel und der magische Krautesel. Ich bin gespannt, ob du die Märchen schon kennst. Und wenn du die nächsten Hörbücher auf keinen Fall verpassen willst, klick noch schnell auf Abonnieren, bevor es losgeht und die kleine Glocke. Und dann mach's dir bequem, hol dir noch eine Tasse Tee und ich wünsche dir wie immer viel Spaß. Die Kristallkugel Es war einmal eine Zauberin, die hatte drei Söhne, die sich brüderlich liebten. Aber die Alte traute ihnen nicht und dachte, sie wollten ihr ihre Macht rauben. Da verwandelte sie den Ältesten in einen Adler, der musste auf einem Felsengebirge hausen. Und man sah ihn manchmal am Himmel in großen Kreisen auf- und niederschweben. Den zweiten verwandelte sie in einen Walfisch, der lebte im tiefen Meer. Und man sah nur, wie er zuweilen einen mächtigen Wasserstrahl weit in die Höhe warf. Beide hatten nur zwei Stunden jeden Tag ihre menschliche Gestalt. Der dritte Sohn, der fürchtete, sie möchte ihn auch in ein reißendes Tier verwandeln, in einen Bären oder einen Wolf, der ging heimlich fort. Er hatte aber gehört, dass auf dem Schloss der goldenen Sonne eine verwünschte Königstochter säße, die auf Erlösung harte. Es müsste aber jeder sein Leben daran wagen. Schon dreiundzwanzig Jünglinge wären eines jämmerlichen Todes gestorben und nur noch einer übrig. Dann dürfte keiner mehr kommen. Und da sein Herz ohne Furcht war, so fasste er den Entschluss, das Schloss von der goldenen Sonne aufzusuchen. Er war schon lange Zeit herumgezogen und hatte es nicht finden können. Da geriet er in einen großen Wald und wusste nicht, wo der Ausgang war. Auf einmal erblickte er in der Ferne zwei Riesen, die winkten ihm mit der Hand und als er zu ihnen kam, sprachen sie, Wir streiten um einen Hut, wem er zu gehören soll und, ach, da wir beide gleich stark sind, so kann keiner den anderen überwältigen. Die kleinen Menschen sind klüger als wir, daher wollen wir die Entscheidung dir überlassen. Wie könnt ihr euch um einen alten Hut streiten? sagte der Jüngling. Oh, du weißt nicht, was er für Eigenschaften hat, es ist ein Wünschhut. Wer den aufsetzt, der kann sich hinwünschen, wohin er will, und im Augenblick ist er dort. Gib mir den Hut, sagte der Jüngling. Ich will ein Stück Weges gehen, und wenn ich euch dann rufe, so lauft um die Wette, und wer am ehesten bei mir ist, dem soll er gehören. Er setzte den Hut auf und ging fort, dachte aber an die Königstochter, und er vergaß die Riesen und ging immer weiter. Einmal seufzte er aus Herzensgrund und rief, ach, wäre ich doch auf dem Schloss der goldenen Sonne. Und kaum waren die Worte über seine Lippen, so stand er auf einem hohen Berg vor dem Tore des Schlosses. Er trat hinein und ging durch alle Zimmer, bis er in dem Letzten die Königstochter fand. Aber wie er schrake, als er sie anblickte, sie hatte ein aschgraues Gesicht voller Runzeln, trübe Augen und rote Haare. Seid ihr die Königstochter, deren Schönheit alle Welt rühmt? rief er aus. Ach, erwiderte sie, das ist meine Gestalt nicht. Die Augen der Menschen können mich nur in dieser Hässlichkeit erblicken. Aber damit du weißt, wie ich aussehe, so schau in den Spiegel. Der lässt sich nicht irre machen. Der zeigt dir mein Bild, wie es in Wahrheit ist. Sie gab ihm den Spiegel in die Hand, und er sah darin das Abbild der schönsten Jungfrau, die auf der Welt war, und sah, wie ihr vor Traurigkeit die Tränen über die Wangen rollten. Da sprach er, »Wie kannst du erlöst werden? Ich scheue keine Gefahr!« Und sie sprach, »Wer die kristallene Kugel erlangt und hält sie dem Zauberer vor, der bricht damit seine Macht, und ich kehre in meine wahre Gestalt zurück.« »Ach«, setzte sie hinzu, »schon so mancher ist darum in seinen Tod gegangen, und du, junges Blut, du jammerst mich, wenn du dich in die großen Gefährlichkeiten begibst.« »Mich kann nichts abhalten«, sprach er, »aber sage mir, was ich tun muss.« »Du sollst alles wissen«, sprach die Königstochter. »Wenn du den Berg, auf dem das Schloss steht, hinabgehst, so wird unten an einer Quelle ein wilder Auerochs stehen. Mit dem musst du kämpfen. Und wenn es dir glückt, ihn zu töten, so wird sich aus ihm ein feuriger Vogel erheben. Der trägt in seinem Leib ein glühendes Ei, und in dem Ei steckt als Dotter die Kristallkugel. Er lässt aber das Ei nicht fallen, bis er dazu gedrängt wird. Fällt es aber auf die Erde, so zündet es und verbrennt alles in seiner Nähe, und das Ei selbst zerschmilzt und mit ihm die kristallene Kugel, und all deine Mühe ist vergeblich gewesen.« Der Jüngling stieg hinab zu der Quelle, wo der Auerochse schnaubte und ihn anbrüllte. Nach langem Kampf stieß er ihm sein Schwert in den Leib, und er sank nieder. Augenblicklich erhob sich aus ihm der Feuervogel und wollte fortfliegen. Aber der Adler, der Bruder des Jünglings, der zwischen den Wolken daherzog, stürzte auf ihn herab, jagte ihn nach dem Meer hin und stieß ihn mit seinem Schnabel an, so dass er in der Bedrängnis das Ei fallen ließ. Es fiel aber nicht in das Meer, sondern auf eine Fischerhütte, die am Ufer stand, und die fing gleich an zu rauchen und wollte in Flammen aufgehen. Da erhoben sich im Meer haushohe Wellen, strömten über die Hütte weg und bezwang das Feuer. Der andere Bruder, der Walfisch, war herangeschwommen und hatte das Wasser in die Höhe getrieben. Als der Brand gelöscht war, suchte der Jüngling nach dem Ei und fand es glücklicherweise. Es war noch nicht geschmolzen, aber die Schale war von der plötzlichen Abkühlung durch das kalte Wasser zerbröckelt, und er konnte die Kristallkugel unversehrt herausnehmen. Als der Jüngling zu dem Zauberer ging und sie ihm vorhielt, so sagte dieser, Meine Macht ist zerstört, und du bist von nun an der König vom Schloss der goldenen Sonne. Auch deinen Brüdern kannst du die menschliche Gestalt damit zurückgeben. Und da eilte der Jüngling zu der Königstochter, und als er in ihr Zimmer trat, so stand sie da in vollem Glanz ihrer Schönheit, und beide wechselten voll Freude ihre Ringe miteinander. Der Krautesel Es war einmal ein junger Jäger, der ging in den Wald auf Anstand. Er hatte ein frisches und fröhliches Herz, und als er dahin ging und auf dem Blattepfiff, kam ein altes, hässliches Mütterchen. Das redete ihn an und sprach, Guten Tag, lieber Jäger, du bist wohl lustig und vergnügt, aber ich leide Hunger und Durst, gib mir doch ein Almosen. Da dauerte den Jäger das arme Mütterchen, dass er in seine Tasche griff und ihr nach seinem Vermögen etwas reichte. Nun wollte er weitergehen, aber die alte Frau hielt ihn an und sprach, Höre, lieber Jäger, was ich dir sage. Für dein gutes Herz will ich dir ein Geschenk machen, geh nur immer deiner Wege. Über ein Weilchen wirst du an einen Baum kommen, darauf sitzen neun Vögel. Die haben einen Mantel in den Krallen und raufen sich darum. Da lege du deine Büchse an und schieß mitten drunter. Den Mantel werden sie dir wohl fallen lassen, Aber auch einer von den Vögeln wird getroffen sein und tot herabstürzen. Den Mantel nimm dir, es ist ein Wunschmantel. Wenn du ihn um die Schultern wirfst, brauchst du dich nur an einen Ort zu wünschen Und im Augenblick bist du dort. Aus dem toten Vogel nimm das Herz heraus und verschluck es ganz, Dann wirst du allen und jeden Morgen früh übern Aufstehen Ein Goldstück unter deinem Kopfkissen finden. Der Jäger dankte der weisen Frau und dachte bei sich, Schöne Dinge, die sie mir versprochen hat, Wenn's nur auch alles so eintrefe. Doch wie er etwa hundert Schritte gegangen war, hörte er über sich in den Ästen ein Geschrei und Gezwitscher, dass er aufschaute. Da sah ein Haufen Vögel, die rissen mit den Schnäbeln und Füßen ein Tuch herum, schrien, zerrten und balgten sich, als wollt's ein Jäger alleine haben. Nun, sprach der Jäger, das ist wunderlich, es kommt ja gerade so, wie das Mütterchen gesagt hat. Nahm die Büchse von der Schulter, legte an und tat seinen Schuss mitten hinein, in das die Federn herumflogen. Alsbald nahm das Getier mit großem Schreien die Flucht, aber einer fiel tot herab, und der Mantel sang ebenfalls herunter. Da tat der Jäger, wie ihm die Alte geheißen hatte, schnitt den Vogel auf, suchte das Herz, schluckte es hinunter und nahm den Mantel mit nach Haus. Am anderen Morgen, als er aufwachte, fiel ihm die Verheißung ein und er wollte sehen, ob sie auch eingetroffen wäre. Wie er aber sein Kopfkissen in die Höhe hob, da schimmerte ihm das Goldstück entgegen und am anderen Morgen fand er wieder eins und so weiter jedes Mal, wenn er aufstand. Er sammelte sich einen Haufen Gold, endlich aber dachte er, was hilft mir all mein Gold, wenn ich daheim bleibe? Ich will ausziehen und mich in der Welt umsehen. Da nahm er von seinen Eltern Abschied, hing sein Jägeranzen und seine Flinte um und zog in die Welt. Es trug sich zu, dass er eines Tages durch einen dicken Wald kam, und wie der zu Ende war, lag in der Ebene vor ihm ein ansehnliches Schloss. In einem Fenster desselben stand eine Alte mit einer wunderschönen Jungfrau und schaute herab. Die Alte aber war eine Hexe, und sprach zu dem Mädchen, dort kommt einer aus dem Wald, der hat einen wunderbaren Schatz im Leib. Den müssen wir darum berücken, mein Herzenstöchterchen. Uns steht das besser als ihm. Er hat ein Vogelherz bei sich, deshalb liegt jeden Morgen ein Goldstück unter seinem Kopfkissen. Und sie erzählte ihr, wie es damit beschaffen wäre. Und wie sie darum zu spielen hätte, und zuletzt drohte sie und sprach mit zornigen Augen, »Und wenn du mir nicht geheichst, so bist du unglücklich!« Als nun der Jäger näher kam, erblickte er das Mädchen und sprach zu sich, »Ich bin nun so lang herumgezogen, ich will einmal ausruhen und in das schöne Schloss einkehren. Geld hab ich ja voll auf!« Eigentlich aber war die Ursache, dass er ein Auge auf das schöne Bild geworfen hatte. Er trat in das Haus ein und ward freundlich empfangen und höflich bewirtet. Und es dauerte nicht lange, da war er so in das Hexenmädchen verliebt, dass er an nichts anderes mehr dachte und nur nach ihren Augen sah und was sie verlangte, ja, und das tat er gerne. Da sprach die Alte, »Nun müssen wir das Vogelherz haben, er wird nichts spüren, wenn es ihm fehlt.« Sie richteten einen Trank zu und wie der gekocht war, tat sie ihn in einen Becher und gab ihm dem Mädchen, damit sie es dem Jäger reiche. Sprach es, »Nun, mein Liebster, trink mir zu!« Dann nahm er das Tränklein und wie er den Trank geschluckt hatte, brach er das Herz des Vogels aus dem Leibe. Das Mädchen musste es heimlich fortschaffen und dann selbst verschlucken, denn die Alte wollte es haben. Von nun an fand er kein Gold mehr unter seinem Kopfkissen, sondern es lag unter dem Kissen des Mädchens, wo es die Alte jeden Morgen für sich holte. Aber er war so verliebt und vernaht, dass er an nichts anderes dachte, als sich mit dem Mädchen die Zeit zu vertreiben. Da sprach die Alte, »Das Vogelherz haben wir, aber den Wunschmantel müssen wir ihm auch abnehmen.« antwortete das Mädchen, »Den wollen wir ihm lassen, er hat ja doch sein Reichtum verloren.« Da war die Alte böse und sprach, »So ein Mantel ist ein wunderbares Ding, das selten auf der Welt gefunden wird, den soll und muss ich haben.« Sie gab dem Mädchen Anschläge und sagte, wenn es ihr nicht gehorchte, sollte es ihm schlimmer gehen. Da tat es nach dem Geheiß der Alten, stellte sich einmal ans Fenster und schaute in die weite Gegend, als wäre es ganz traurig. Fragte der Jäger, »Was stehst du so traurig?« »Ach, mein Schatz«, gab es zur Antwort, »da gegenüber liegt der Granatenberg, wo die köstlichsten Edelsteine wachsen. Ich trage so groß Verlangen danach, dass, wenn ich daran denke, ich ganz traurig bin.« »Aber wer kann sie holen? Nur die Vögel, die fliegen, kommen hin. Ein Mensch, nimmermehr!« »Hast du weiter nichts zu klagen?« sagte der Jäger, »den Kummer will ich dir bald vom Herzen nehmen.« Und damit fasste er sie unter seinen Mantel und wünschte sich hinüber auf den Granatenberg. Und im Augenblick saßen sie auch beide darauf. Da schimmerte das edle Gestein von allen Seiten, dass es eine Freude war, anzusehen, und sie lasen die schönsten und kostbarsten Stücke zusammen. Nun hat es aber die Alte durch ihre Hexenkunst bewirkt, dass dem Jäger die Augen schwer wurden. Er sprach zu dem Mädchen, »Wir wollen ein wenig niedersitzen und ruhen. Ich bin so müde, dass ich mich nicht mehr auf den Füßen halten kann.« Da setzten sie sich nieder und er legte sein Haupt in ihren Schoß und schlief ein. Wie er entschlafen war, da band es ihm den Mantel von den Schultern und hing ihn sich selbst um, las die Granaten und Steine auf und wünschte sich damit nach Hause. Als aber der Jäger seinen Schlaf ausgetan hatte und aufwachte, sah er, dass seine Liebste ihn betrogen und auf dem wilden Gebirge allein gelassen hatte. »Och«, sprach er, »wie ist die Untreue so groß auf der Welt!« Er saß da in Sorge und Herzeleid und wusste nicht, was er anfangen sollte. Der Berg aber gehörte wilden und ungeheuren Riesen, die darauf wohnten und ihr Wesen trieben. So sah er ihre drei daher schreiten. Da legte er sich nieder, als wäre er in tiefem Schlaf versunken. Nun kamen die Riesen herbei und der Erste stieß ihn mit dem Fuß an und sprach, »Was liegt da für ein Erdwurm und beschaut sich inwendig?« Der Zweite sprach, »Tritt ihn tot!« Der Dritte aber sprach verächtlich, »Das wäre der Mühe wert! Lass die nur leben! Hier kann er nicht bleiben! Und wenn er höher steigt bis auf die Bergspitze, so packen ihn die Wolken und tragen ihn fort!« Unter diesem Gespräch gingen sie vorüber. Der Jäger aber hatte auf ihre Worte gemerkt und sobald sie fort waren, stand er auf und klimmte den Berggipfel hinauf. Als ein Weilchen da gesessen hatte, so schwebte eine Wolke heran. Er griff ihn, trug ihn fort und zog eine Zeit lang am Himmel her. Dann senkte sie sich nieder und ließ sich über einen großen, rings mit Mauern umgebenen Krautgarten nieder, also, dass er zwischen Kohl und Gemüsen sanft auf den Boden kam. Da sah der Jäger sich um und sprach, »Wenn ich in Ruhe etwas zu essen hätte, oh, ich bin so hungrig, und mit dem Weiterkommen wird's schwer fallen. Aber hier sehe ich keinen Apfel und keine Birne und keinerlei Obst, überall nichts als Krautwerk.« Endlich dachte er, »Zur Not kann ich von dem Salate essen, der schmeckt nicht sonderlich, wird mich aber erfrischen.« Also suchte er sich ein schönes Haupt aus und aß davon. Aber kaum hatte er ein paar Bissen hinabgeschluckt, so ward er ihm wunderlich zumute und er fühlte sich ganz verändert. Es wuchsen ihm vier Beine, ein dicker Kopf und zwei lange Ohren, und er sah mit Schrecken, dass er in einen Esel verwandelt war. Doch weil er dabei immer noch großen Hunger spürte und ihm der saftige Salat nach seiner jetzigen Natur gut schmeckte, so aß er mit großer Gier immer zu. Endlich gelangte er in eine andere Art Salat. Aber kaum hatte er davon etwas verschluckt, so fühlte er aufs Neue eine Veränderung und kehrte schließlich in seine menschliche Gestalt zurück. Nun legte sich der Jäger nieder und schlief seine Müdigkeit aus. Als er am anderen Morgen erwachte, brach er ein Haupt von dem Bösen und eins von dem guten Salat ab und dachte, das soll mir zu den Meinigen wieder helfen und die Treulosigkeit bestrafen. Dann steckte er die Häupter zu sich, kletterte über die Mauer und ging fort, das Schloss seiner Liebsten zu suchen. Als er ein paar Tage herumgestrichen war, fand er es glücklicherweise wieder. Da bräunte er sich schnell sein Gesicht, das ihn seiner eigenen Mutter nicht erkannt hätte, ging in das Schloss und bate meine Herberge. »Ich bin so müde«, sprach er, »und kann nicht weiter.« fragte die Hexe, »Landsmann, wer seid ihr und was ist euer Geschäft?« Und er antwortete, »Ich bin ein Bote des Königs und war ausgeschickt, den köstlichsten Salat zu suchen, der unter der Sonne wächst. Ich bin auch so glücklich gewesen, ihn zu finden und trage ihn bei mir, aber die Sonnenhitze brennt gar zu stark, dass mir das zarte Kraut zu welken droht und ich nicht weiß, ob ich es weiterbringen werde.« Als die Alte von dem köstlichen Salat hörte, ward sie lüstern und sprach, »Lieber Landsmann, lass mich doch den wunderbaren Salat versuchen.« »Warum nicht?« antwortete er, »ich habe zwei Häupter mitgebracht und will euch eines geben.« machte seinen Sack auf und reichte ihr das Böse hin. Die Hexe dachte an nichts Arges und der Mund wässerte ihr so sehr nach dem neuen Gericht, dass sie selbst in die Küche ging und es zubereitete. Als sie fertig war, konnte sie nicht warten, bis es auf dem Tische stand, sondern sie nahm gleich ein paar Blätter und steckte sie in den Mund. Aber kaum waren sie verschluckt, so ward auch die menschliche Gestalt verloren und sie lief als eine Eselin hinab in den Hof. Nun kam die Magd in die Küche, sah den fertigen Salat da stehen und wollte ihn auftragen. Unterwegs aber überfiel sie nach alter Gewohnheit, die Lust zu versuchen und sie aß ein paar Blätter. Als Ball zeigte sich die Wunderkraft und sie ward ebenfalls zu einer Eselin und lief hinaus zu der Alten, und die Schüssel mit Salat fiel auf die Erde. Der Bote saß in der Zeit bei dem schönen Mädchen und als niemand mit dem Salat kam und es doch auch lüstern danach ward, sprach es, ich weiß nicht, wo der Salat bleibt. Da dachte der Jäger, das Kraut wird schon gewirkt haben und sprach, ich will nach der Küche gehen und mich erkundigen. Wie er hinabkam, sah er die zwei Eselinnen im Hof herumlaufen. Der Salat aber lag auf der Erde. Schon recht, sprach er, die zwei haben ihr Teil weg, und hob die übrigen Blätter auf, legte sie auf die Schüssel und brachte sie zu dem Mädchen. Ich bringe euch selbst das köstliche Essen, sprach er, damit ihr nicht länger zu warten braucht. Da aß sie davon und war alsbald wie die Übrigen ihrer menschlichen Gestalt beraubt. Und auch sie lief als Eselin in den Hof. Nachdem sich der Jäger sein Angesicht gewaschen hatte, also, dass sie die Verwandelten erkennen konnten, ging er hinab in den Hof und sprach, jetzt sollt ihr den Lohn für eure Untreue empfangen. Er band sie alle drei an ein Seil und trieb sie fort, bis er zu einer Mühle kam. Er klopfte an das Fenster, der Müller steckte den Kopf heraus und fragte, was sein Begehren wäre. Ich habe drei böse Tiere, antwortete er, die ich nicht länger behalten mag. Wollt ihr sie bei euch nehmen, Futter und Lager geben und sie halten, wie ich euch sage, so zahle ich dafür, was ihr verlangt. Sprach der Müller, warum das nicht, wie soll ich sie aber halten? Da sagte der Jäger, der alten Eselin und das war die Hexe, sollte er täglich dreimal Schläge und einmal zu fressen geben, der Jüngeren, welche die Magd war, einmal Schläge und dreimal Futter und der Jüngsten, welche das Mädchen war, keinmal Schläge und dreimal zu fressen, denn er konnte es doch nicht über das Herz bringen, dass das Mädchen sollte geschlagen werden. Darauf ging er zurück in das Schloss und was er nötig hatte, das fand er alles darin. Nach ein paar Tagen kam der Müller und sprach, er müsste melden, dass die alte Eselin, die nur Schläge bekommen hatte und nur einmal zu fressen, gestorben sei. Die zwei anderen, sagte er, sind zwar nicht gestorben und kriegen auch dreimal zu fressen, aber sie sind so traurig, dass ich es nicht mehr lange mit ihnen dauern kann. Da barmte sich der Jäger, ließ den Zorn fahren und sprach zu Müller, er sollte sie wieder hertreiben. Und wie sie kamen, gab er ihnen von dem guten Salat zu fressen, dass sie wieder zu Menschen wurden. Da fiel das schöne Mädchen vor ihm auf die Knie und sprach, ach mein Liebster, verzeiht mir, was sich euch Böses angetan. Meine Mutter hatte mich dazu gezwungen. Es ist gegen meinen Willen geschehen, denn ich hab euch von Herzen lieb. Euer Wunschmantel hängt in einem Schrank und für das Vogelherz will ich einen Brechtrunk trinken. Da ward er anderen Sins und sprach, behalt es nur, es ist doch einerlei, denn ich will dich zu meiner treuen Ehegemalin annehmen. Und da ward Hochzeit gehalten und sie lebten vergnügt miteinander bis an ihren Tod. Das waren unsere heutigen magischen Grimms Märchen. Wenn sie dir gefallen haben, lass mir gerne ein Abo, einen Daumen hoch oder einen Kommentar da, um meinen Kanal zu unterstützen. Wenn du magst, hören wir uns bald wieder. Aber jetzt schlaf gut! Und da wöchst! Und da wöchst! Und da wöchst! Und da wöchst! Und da wöchst!